So, jetzt grüßt ihr, gentlemen, und herzlich willkommen hier zurück zu... Oh mein Gott, 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 oh mein Gott Oh, wow. Oh, wow. Das ist ziemlich abgefahren. Das ist ziemlich abgefahren. Ziemlich abgefahren. Okay, ich kann das nachvollziehen. Wow, das geht ziemlich schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist ziemlich krank. Was ist eigentlich los? Was ist hier eigentlich los? Heiligem Hacke. Hier wird schwindelig. Oh mein Gott. Hier wurde gerade unglaublich schwindelig. Ich habe keine Ahnung. Mir ist auf jeden Fall schwindelig. Mir ist schwindelig. Oh nein, nicht schon wieder. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Oh wow. Das ist echt anstrengend dazu zu gucken. Das ist echt anstrengend dazu zu gucken mit diesen ganzen Lichtern. Ich muss diesen Druck widerstehen. Ich muss diesen Druck widerstehen. Okay, alles cool. Wow. Endlich hier. Ja, das kann ich bestätigen. Legion. Oh shit. Oh shit. Geil. Eindruck. Wow. Wow. Was für ein krankes Ding ist das. Das sieht... Ach du meine Güte. Was ist das? Was? Will ich wissen, was das ist? Wow. Oh mein Gott. Oh nein. Das sind mehr von diesen komischen Tentakeln, die auch da meine Freundin gefressen haben. Oder... Äh, was? Was? Was macht diese komische Gräuße? Oh shit. Oh. Oh. Mein Gott. Ich weiß nicht. Irgendwie... Hab ich... Respekt. Oh shit. Ich weiß nicht. Irgendwie hab ich Respekt. Okay, gut. Ich... Äh, warte. Ich hab da irgendwas gesehen. Ah, ja. Da war irgendwas. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Weil ich davon halten soll. Ich befürchte mal nichts Gutes. Okay. Wär jetzt noch alles... entspannt. Oh. Oh, ich bin irgendwie am Anfang. Oh, kann ich da reingehen? Was ziemlich cool wäre. Ja! Tatsächlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt ist da so ein Riesenviech. Okay, oder? Auch nicht. Oh, warte mal. Ken... War ich da nicht schon mal? War ich da nicht? Irgendwie? War ich da nicht? Nee, egal. Mich interessiert das nicht. Irgendwie. Hoffe ich doch. Ah, ah. Hält's nicht gut an. Sesam, öffne dich! Ähm. Oh, shit! Was zum... Was zum Teufel! Oh Gott, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Sollte ich vielleicht die Heimreise antreten? Eventuell? Nur eventuell? Idee? Wäre eine Idee? Wäre eine Idee, oder? Wäre eine scheiß Idee. Und ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Oh, das sieht ziemlich verstörend aus. Oh mein Gott. Darf ich einfach gehen? Nein, ich darf nicht gehen. Darf ich jetzt drüber weitergehen? Ich fühl mich schon wieder so unglaublich gemobbt durch dieses Spiel. Ah ja, hier. Komm, 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 komm. Mach die Türen auf. Mach die Türen auf. Oh, shit. Wo sind die Viecher? Ah ja, hier. Hey. Willst du sterben? Kennst du das Wort? Oder ist das jetzt auch schon wieder sehr ungeläufig? Oh ja, hey. Ich hab ja sowas. Ha. Na, wo seid denn ihr? Hey. Mistviecher. Hallo? Wow. Er ist tot. Ich hab schon wieder keine Ahnung, wo ich eigentlich hin muss. Oh. Ich hab keine Ahnung, wo ich überhaupt hin muss. Kann mir das mal jemand sagen? Das ist echt schwierig. Das ist echt arschleckend kompliziert. Dass man sich hier zurechtfindet. Ich mein, ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt eigentlich muss. Muss ich vielleicht hier drauf? Nein. Hm, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß leider nicht, was ich machen soll. Kann mir bitte jemand helfen? Da ist irgendein Viech. Ach so, das ist ein Todesviech. Wo denn? Ah ja, hier. Danke. Wo? Hier ist was. Oh nein. Ach. Schlechter Zeitpunkt. Sehr guter Zeitpunkt. Oh, warte, die kommen hier immer wieder rein. Oh, die werden immer hier nachgezogen. Oh, das ist gar nicht gut. Äh, ich versteh's leider nicht. Kann mich bitte jemand aufklären, wo ich jetzt hin muss? Vielleicht muss ich da hin? Ne, da kam ich doch her. Da kam ich doch her, oder nicht? Äh, ich versteh's leider nicht. Oh, das ist ganz schwierig. Ähm, das ist voll ganz schwierig. Das ist sau schwierig. Tod. Was passiert denn hier? Jetzt sind alle vier. Ouch. Oh, wow. Okay, und jetzt? Hä? Was zum Teufel? Warum ich gestorben? Kann man jemand sagen, wo ich gestorben bin? Weiß keiner? Wundert mich nicht. Wollt mich irgendwie kein Stück, dass das keiner weiß. Achso, ja genau. Jetzt war ich genau, hier drin war ich. Ich bin jetzt von da her gekommen. Von hier bin ich her gekommen. Hä? Oh, wie hätte jemand das Lichthaus gemacht? Ich verstehe. Ich meine, bitte. Okay. Achso, ich bin von... Also, dahin muss ich. Ich bin von da gekommen. Stirbt! Sehr schön. Na, noch einer? Ach ja, flüchten willst du? Ja! Genauso nicht anders. Hä? Wer ist noch hier? Wer ist noch mit von der Partie? Kommt! Oh ja, das hält sehr gut an. Biep! Noch jemand? Noch jemand? Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir die Dinger zerstören müssen. Und wenn wir die zerstören, dann schalten die irgendwie ihre... ihre Teile da an. Und die brauche ich, damit hier was funktioniert, ne? So, tot! Sehr schön. Aber auf den Scheiß schon wieder zu kommen, da ist schon wieder... Jetzt so ein kleines Stück, ey. Klaro! Tot? Ja! Sehr gut. Wo ist das Viech? Oder die Viecher? Ah ja, hier. Nee! Noch eins? Nein! Oder? Ich weiß gar nicht. Bestecken brauchst du nicht. Bestecken brauchst du dich nicht. Naja, wenn ich halt mal treffen sollte. Wo ich unglaublich drauf schlecht bin. So, und jetzt? Hier ist noch einer. Oder? Ah, nee, der ist schon tot. Okay. Nehmt euch keine Übel. So, jetzt brennt hier schon alles. Und? Oh, hey! Tod. Verderben. Tod. Und Verderben. War's das jetzt? Kann ich jetzt gehen? Hm, keine Ahnung. Ich glaub jetzt einfach mal, ich geh jetzt. Oder ich versuch's zumindest. Ja! Suchen sie einen Ausgau, aus der Hell erfüllt? Was? Wir empfangen einen Lücken. Äh, ja. Ich hab, ich hab gar nichts mehr. Paradies verloren? Oh, das hört sich gar nicht gut an. Oh, das hört sich gar nicht gut an. Und ich seh dieses ganze Frost, ne? Oh, ich hab das Gefühl, dass dieses ganze Vieh raus sind und jetzt erstmal eine Schneese draus gemacht haben. Äh, ich geh mal davon aus, dass ich gleich alles bewahrheiten würde. Aber, hm. Oh, wow. Hm. Hm. Und was kommt jetzt? Oh, oh. Was? Nee. Oh, ja. Das wär cool. Oh. Yeah. Cool. Okay, okay. Ey. Oh, sehr cool. Oh, oh. Oh, nein. Oh, nein. Oh, sch. Hande. Oh, oh. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich wette, es hat mich gesehen. Ja. Hat es mich. Hm. Aber ich lebe noch. Siehme ist also gar nicht mal so unkritisch. Wow. Und schon ist aus einer Dschungel-Umgebung, äh, ein Himalaya geworden. Ja. Irgendwie schon. Ich weiß nicht, wie lange noch. Was ist da oben los? Ich will in verdammten Lage bewegen. Würde ich Ihnen ja gerne geben, Major, aber ich habe keine Ahnung, was ich da sehe. Schnee. Egal, was es ist, ich bin genau im Auge der Stoffe. Oh, man. Was? Okay. Ich schicke ihn jetzt. Alles klar. Oh, sehr cool. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das hört sich irgendwie, oh, das hört sich echt uncool an. Boah, guck mal, was auch immer das für ein krankes Ding ist. Es ist krank. Ja, es ist krank. Oh, oh. Oh. Oh, wow. Oh, wow. Aber das sind ja kleine Baby-Dinger. Nicht im Vergleich zu dem, was... Oh, krass. Stirb. 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 Wahnsinn. Das ist echt übel. Naja, immerhin ein Spiel gespeichert. Oh, das hört sich so unglaublich ungod an. Oh, das hört sich so unglaublich ungod an. Oh, das hört sich so unglaublich miesig an. Oh, oh. Oh, shit. Oh, shit. Bitte geht weiter. Seid so gut und geht weiter. Kommt. Oh nein, sie paaren sich. Oh, vor meinen Augen. Kinder schon weg. Roboter-Sex. Okay. Alles kein Problem. Warum? Warum? Kann ich die nehmen? Ha. Sehr cool. Stirb. Mann. Wahnsinn. Aber ich kann die packen. Das ist ja cool. Hoppala. Nee. Hey. Sehr cool. Hört nicht gut an. Wenn ich das mal so sagen darf. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist schon alles witzig. Das ist eigentlich schon alles witzig. Oh, da geht's nicht runter. Hä? 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 Harn? Achso. Hier runter. Oh, wow. Cool. Ziemlich cool. Wow. Das ist echt. Krass. Wir machen hier ganz kurz Pause. Und lassen diese Aussicht mal da. Vielen Dank für's Zuschauen. Ich hab's gefallen. Ich freu mich, wenn ihr das nächste Mal wieder bei Crisis mit mir dabei seid. Mein Name ist Ben und ich danke für heute. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.